Musik Hier im Schlossgarten ist einiges los und neben mir steht jetzt Christian Winter, der Vorsitzende der Enquete-Kommission Jungsein in MV. Und ihr habt hier einen Stand mitmischen und da steht, was wollt ihr eigentlich? Also was wollt ihr eigentlich? Genau, das ist unsere entscheidende Frage, weil der Landtag hat wieder eine Enquete-Kommission eingesetzt. Das macht dann jeder Legislatur. Aber dieses Mal geht es um junge Leute und da ist uns ganz wichtig, nicht nur über die jungen Leute zu reden, sondern mit ihnen auch darüber zu sprechen, was wir überhaupt in dieser Enquete-Kommission zu machen, sprich sie zu beteiligen. Dafür haben wir diesen Beteiligungsprozess aufgestellt. Ja, und diese etwas provokante Frage soll einen Zugang eröffnen. Und so arbeiten wir parallel zu unserer Arbeit im Gremium die unterschiedlichen Themen auch im Beteiligungsprozess unter dem Hashtag mitmischen.mv durch. Und was kann man bei eurem Stand heute so machen? Ja, also wir haben verschiedene Aktivitäten. Ein Jenga-Spiel ist dabei. Man kann natürlich, das ist vielleicht nicht ganz so spannend, unsere Umfragen machen, ist aber für unsere fachliche Arbeit ganz entscheidend. Und wir haben verschiedene Gimmicks, die man sich einpacken kann. Unsere Aktionsbox, die haben wir vor einigen Monaten aufgelegt, womit man dann, sage ich mal, komprimiert in einem Pappkarton alle Materialien findet, um inhaltlich zu arbeiten, aber dabei auch den Spaß nicht verliert. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wir schauen uns derweil im Zelt vom Bundesrat um. Vielen Dank.